Du hast das beste Intro, was ich jemals gehört hab Ganz heute wird's so schön, dass du es jetzt auch mal bemerkt hast Ernsthaft, der Spaß meint, dass er Qualis machen kann Ich mach das vier Jahre lang und er fängt grad erst an Bist ein hässlicher Niemann Die Einzigen, die dich fallen, sind deine Crew-Kollegin Hässlich und Niemann Du stehst mit Glocks so am Schießstand Echt richtig mies, Mann, du bist 16 Das kommt direkt vor Justizamt Hör, Mann, Westcase verlangt nach guter Qualität Dir Hätze, denn bei ihm ist alles Selfmade Hör, Mann, wie viele Runden zieht die Selfmade-Nummer, weiß nicht Wenn ich grad so überlege, keine Du nennst dich Newcomer und Hinrichter Die kann man nur so abgehoben sein Weder du noch ich haben nen Hype Weil es so viel als Newcomer gibt Das heißt, ich werde Newcomer, Newcomer-Hit-Richter sein Wer ist dieser Nuppensohn, der unverständlich reist? Westgate, 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 Westgate Wer ist dieser Hugensohn, der 2x nie erreicht? Westgate, 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 Westgate Wer fliegt am Anfang? Wer rappt so langsam? Wer ist ein Bastard? Wer ist nur Standard? Wer ist letzten Endes nicht gemacht für dieses Game? Westgate, 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 Westgate Du schießt mir in den Kopf und mein Hirn verteilt sich mega peinlich Wenn du auch mein Hirn willst, dann frag doch einfach Aber nein, Spaß Ich steh also auf Männer, das zu kontern ist Vielst du einfach, aber Fakt ist Du meinst Homosexualität, aber schlecht ist Ja, okay, ist halt Rap Aber du bist nicht homophob und hast Fake-Gangster Sagst du als homophob oder Fake-Gangster Meine Schüsse treffen nicht Schon weder so ein Bastarderma Gangster Überfinden annehmen zu müssen Aber battlen heißt nicht schießen Du bist Mütter, du bist Querficker Krasser Scherz, Flicker Versuch erstmal erfolgreich dein Mädchen zu küssen Und niemand trifft mit seiner Ein Schwester in schwarz als ich Laber nicht zum Splattern und Schwestern Glaub mir, du schießt vorbei Klongrieger Style Und schon krieg ich Hype Wer ist dieser Nuppensohn, der unverständlich reist? Westgate, 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 Westgate Wer ist dieser Hugensohn, der 2x nie erreicht? Westgate, 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 Westgate Wer piekt am Anfang? Wer rappt so langsam? Wer ist ein Bastard? Wer ist nur Standards? Wer ist letzten Endes nicht gemacht für dieses Game? Westgate, 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 Westgate